Lassen Sie uns die Spur verfolgen. In Berlin begrüße ich Professor Hajo Funke. Wie sehr führt die Verrohung der Sprache bereits zu einer generellen Verrohung der Umgangsformen und letztlich zu physischer Gewalt? Das haben wir ja gesehen. Wir haben in den letzten Jahren und auch in den letzten Monaten gesehen, dass solche Agitation, solche verrohte Sprachformen wie von Pirinchi für den Mörder von Walter Lübcke entscheidend waren. Er hat genau das unterstrichen, was in diesem furchtbaren Buch auf Lübcke verweist und ihn dann erschossen. Der Fall Lübcke hat ja Entsetzen ausgelöst. Er war Politiker, er wurde aber nicht geschützt. Wer wird geschützt und wer nicht? Das ist die große Herausforderung der Sicherheitsbehörden. Und Netzwerke sind nicht so, wie der Innensenator eben angesprochen hat. Sie sind manchmal auch lose. Sie sind manchmal auch über soziale Netzwerke. Und bis zum Beweis des Gegenteils gehe ich davon aus, dass eine vernetzte Struktur in Neukölln die eben Beschriebenen, denen das Leben unsicher macht. Also insofern, man muss genauer hinschauen. Ein Teil der Sicherheitsbehörden hat das mit den Schockerfahrungen von Halle inzwischen erkannt. Die zwei aktuellen Fälle, die in den vergangenen Tagen nochmal bekannt wurden, Cem Özdemir und Frau Roth, das sind Personen, die geschützt werden. Wo liegt denn die Grenze? Wer ist, sagen wir mal, wichtig genug, um geschützt zu werden und wer nicht? Das ist diffus. Alle Lokalpolitiker und der Regionalpolitiker Lübcke waren nicht geschützt. Das mag auch an den schwierigen Verhältnissen der Sicherheitsbehörden in Hessen liegen. Also es gibt keinen systematischen Schutz. Und das ist die Herausforderung der Sicherheitsbehörden, nun tatsächlich sich neu aufzustellen und systematisch und möglichst präventiv die verschiedenen lose oder engen Netzwerke zu erfassen und präventiv zu handeln, wie in dem guten Fall der Terrorgruppe Revolution Chemnitz durch die Bundesanwaltschaft nach dem 1. September 2018, als der der Faschist genannt werden kann, Höcke mit Hooligans zusammen demonstriert hat. Wenn wir nochmal zur Sprache, zu Formulierungen zurückkehren. Wie ordnen Sie den Fall des AfD-Abgeordneten Brandner ein, der dem Rechtsausschuss des Bundestags vorsitzt und sich zum Beispiel abfällig gegen den Sänger Udo Lindenberg geäußert hat? Er sprach, und das ist antisemitisch, vom Judas Lohn. Und er hat zu Halle Ungeheuerliches gesagt, was lungern die Politiker an der Synagoge herum. Das ist so ungeheuer, dass ich als Mitglied des Parlaments, der ich wäre, es in meiner Würde nicht aushalten könnte, jemanden wie ihn als Vorsitzender des Rechtsausschusses zu haben. Ich hoffe, dass er abgesetzt wird. Bereitet die AfD mit Aussagen ihrer führenden Politiker so etwas wie den Nährboden für Gewalt? Das beste Beispiel ist Björn Höcke, der jetzt sich bemüht zu einer Koalition mit der CDU dort. Das wird zum Schaden der CDU ausgehen, wenn sie es tatsächlich machen, es wird sie zerspalten. Also dieser Höcke hat in einem Buch strategisch davon gesprochen, dass um die für ihn Fremden loszuwerden und in einem riesigen Remigrationsprojekt zurückzuführen, er eine Politik wohltemperierter Grausamkeit will, also mit sadistischer Entschiedenheit vorgehen will. Übrigens nicht nur gegenüber diesen sogenannten Fremden, sondern auch gegenüber den Volksteilen, die zu schwach, das ist wörtlich, oder nicht willens sind mitzumachen. Das ist eine Kampfansage an die Republik. Welche Systematik erkennen Sie denn dahinter? Es ist ja nicht nur Höcke allein, es sind ja durchaus andere Politikerinnen und Politiker der AfD. Das Problem ist, dass Höcke eine der wichtigsten, ohne den in Parteitagen nichts mehr passiert. Und die Partei sich in großen Teilen auf ihn ausrichtet, auch vor den Wahlen und inzwischen immer mehr. Und das geht von Gauland bis Meuthen. Und insofern muss ich sagen, dass diese Ausrichtung nicht systematisch bekämpft und angegangen wird und daher das Bundesamt für Verfassungsschutzrecht hat, diese Teile der Partei für verfassungsfeindlich zu erklären. Und was würden Sie sagen, wie soll die Gesellschaft damit umgehen? Klare Kante zeigen, keine Kooperation mit dieser so ausgerichteten Partei. Und wenn man diesen braunen Rubikon als CDU Thürings etwa überschreitet, wofür einiges zu sprechen scheint, dann ist es nicht mehr die Partei, die ich kenne. Dann ist sie nicht mehr eine konservative, liberale und christliche Partei. Und das sage ich als Katholik. Professor Hajo Funke, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.